Yo, was geht ab, meine Lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf DUWG! Und zwar werden das wahrscheinlich die einigen von euch schon mitbekommen haben. Ja, der Battle-Rapper Maidi hat bei Alpha Music offiziell unterschrieben. Alle Formalitäten, alle Unterschriften sind jetzt erledigt. Das bedeutet, Maidi ist offizieller Alpha Music-Member, meine Lieben Freunde. Ja, also, wer Maidi nicht kennt, Freunde, der hat in einem Battle-Royale-Finale gegen den amtierenden Cynic gewonnen, ja. Am Ende des Gewinnes des Battle-Royale-Finales konnte der Gewinner bei Kollegah Alpha Music ein Album releasen, sowie auch eine komplette Promophase, sowie alles drum und dran, was dazu gehört, mit Marketing, mit Werbung, dies, das, ja. Das konnte der Gewinner gewinnen. Also, dementsprechend sind auf Alpha Music jetzt gesigned der Jigsaw, der sich derzeit auch in der Türkei befindet, Kollegah selbst, sowie auch Gent und auch Eskobar oder Aschkobar oder Asche, wie auch immer man ihn nennt, und der Rapper Noah, ja. Also, das Label blüht auf, meine Lieben Freunde, alles junge, talentierte Rapper, Künstler, ja, die hungrig sind nach mehr. Ja, meine Lieben Freunde, das war's mit diesem kurzen Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Abonniert diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr auch ein Like da lässt. Das Abo ist natürlich kostenlos und Peace and Out, meine Lieben Freunde.